Jetzt im August, wo wir auf den Herbst zu gehen, kommen natürlich wieder viele, viele neue Bücher raus und ich habe für euch mal die August-Jugendbuch-Neuerscheinungen abgecheckt und fünf rausgesucht, die ich euch empfehlen würde. Das erste ist ein neuer Thriller aus der Reihe von Monika Veth. Die schreibt ja die Jette-Weingärtner-Jugend-Thriller-Reihe. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es normalerweise um Jette-Weingärtner. Jetzt erscheint ihr siebter Band, der Libellenflüsterer. Dort geht es mal wieder um Jette und ihre Freundin. Diesmal steht Merle, die radikale Tierschützerin, im Mittelpunkt, die aus ihrer Tierschützerzeit noch mal auf einen alten Bekannten wieder trifft und der führt nicht besonders Gutes im Schilde. Ihre Jugend-Thriller zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich halt immer um die gleichen Personen drehen und diese immer in irgendwas hineingeraten, dass sie nicht unbedingt hineingeraten sollten und letztendlich selber in Gefahr geraten. Zur Jette-Weingärtner-Reihe habe ich auch ein ganzes Video gemacht, in dem ich noch mal ein bisschen genauer darüber quatsche. Also schaut rein, ansonsten sind alle Links zu den Büchern, die ich heute hier vorstelle, hier unten in der Infobox, damit ihr auch noch mal genau nachschauen könnt. Das zweite Buch ist eine etwas fluffigere Liebesgeschichte. Und zwar heißt es Kiss & Crime 1 Zeugen-Kuss-Programm. Oh ja, Zeugen-Kuss-Programm. Finde ich klingt ein bisschen kitschig, aber von der Geschichte her ist es sicher ganz süß. Das vom Inhalt her, finde ich, klingt das schon sehr nach niedlichem Mädchen-Liebesgeschichten-Ding, was man zwischendurch super lesen kann. Es geht auf jeden Fall um Emily, die eigentlich ein ganz normales Großstadtmädchen ist, bis blöderweise etwas passiert mit ihrer Mutter und deren Freund, die im Krankenhaus landen, weil sie sich mit den falschen Leuten eingelassen haben. Ziemlich gefährlichen Leuten, um genau zu sein. Und die ganze Familie muss auf jeden Fall geschützt werden. Das heißt, aus der Stadt werden sie erstmal aufs Land verfrachtet und kriegen tatsächlich auch einen Personenschützer. Und letztendlich müssen sie auch ins Zeugen-Schutz-Programm, daher der Titel. Und naja, dieser Personenschützer, der bei der Familie zu Gast ist, natürlich auch auf Emily aufpasst. Nun, wie kann es anders sein? Es ist ein gut aussehender, sehr junger Polizist. Und ja, darum geht es natürlich. Ich denke, man kann sich ausmalen, was passieren wird. Aber je nachdem, wie es geschrieben ist, stelle ich mir das ziemlich witzig und ziemlich niedlich vor und eigentlich genau richtig für Herbsttage. Meine dritte August-Jugendbuch-Empfehlung ist wieder ein Jugendthriller. Und zwar von der Jugendthriller-Königin, würde ich schon fast sagen, Ursula Prozenanski. Ihr neustes Buch heißt Layers und ist schon vom Inhalt her einfach super spannend. Es geht um den Obdachlosenjungen Dorian. Der wacht eines Morgens neben einem toten anderen Obdachlosen auf. Und dieser wurde offensichtlich kaltblütig ermordet. Erstmal ist Dorian total geschockt, weiß nicht, hat er das selber gemacht oder hat er einfach nur nicht mitgekriegt, was dort in der Nacht passiert ist. So oder so, er ist total fertig mit den Nerven und möchte sich vor der Polizei verstecken. Genau in dem Moment wird ihm von einem Fremden Hilfe angeboten, die er dankend annimmt. Er geht mit diesem Fremden mit, der ihn in eine merkwürdige Villa bringt. In dieser Villa kriegt er Kleidung und Essen und eigentlich alles, was er sich wünscht, umsonst. Und als Gegenleistung soll er nichts weiter tun, als ein paar Werbegeschenke verteilen. Klingt erstmal ein bisschen zu einfach. Und genau das ist es auch, denn als Dorian nach einem Zwischenfall eins dieser Werbegeschenke selber behält, ist ihm fortan jemand auf der Spur und er in großer Gefahr. Ja, wie kann es anders sein? Ursula Prozenanski hat eben ein Händchen für super spannende Geschichten, die man auch sonst noch nicht so gehört hat. Und auch Layers, finde ich, klingt wieder nach einem absoluten Leseerlebnis. Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich so noch nicht kannte. Weiter geht es mit einem Buch, das sicherlich etwas ist für alle Fans von Dystopien, nämlich der Maze Runner Reihe. Wir wissen alle, es ist eine Trilogie, aber jetzt hat der Autor James Dashner ein viertes Buch zur Trilogie herausgebracht, was an sich schon verwirrend ist. Aber gut, es ist ein Prequel, also die Vorgeschichte zur Maze Runner Trilogie. Und es wird tatsächlich auch schon direkt dazu gesagt, Leute, wenn ihr die Maze Runner Trilogie noch nicht kennt, dann enthält dieses Buch für euch Spoiler. Da ich die Bücher nicht gelesen habe, kann ich euch auch zum Inhalt dieser Prequel, dieser Vorgeschichte nicht viel sagen, außer dass es 13 Jahre vor den Ereignissen der Maze Runner Bücher spielt. Allerdings für Fans der ganzen Reihe und für Dystopien sicherlich empfehlenswert. Und die fünfte Jugendbuch-Neuerscheinung ist diesen Monat mein absoluter Favorit. Ich habe es mir auch tatsächlich schon bestellt, muss ich zugeben. Und zwar ist es das neue Buch von Sarah Shepard. Die Frau, die Pretty Little Liars erfunden hat, die The Lying Game erfunden hat, kommt jetzt mit einer neuen Buchreihe raus, die wieder ihren gewohnten Stil hat. Und klingt für mich schon wieder direkt super spannend. Genau das, was man halt möchte, wenn man Sarah Shepard mag und ihren Stil mag. Es geht mal wieder um fünf verwöhnte Highschool-Mädels. Alle natürlich wunderschön, erfolgreich, irgendwie gehören sie zu den Coolen. Allerdings haben sie eigentlich nicht viel miteinander gemeinsam, außer zwei Sachen. Erstens, sie möchten gerne das perfekte Leben haben. Und zweitens, sie hassen ihren Mitschüler Nolan. Als sie eines Tages zusammensitzen und ein bisschen Langeweile haben, planen sie deshalb auch Nolans Mord. Und ja, wie man das halt aus Spaß schon mal so macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall planen sie seinen Mord. Das Problem ist nur, kurze Zeit darauf wird er tatsächlich ermordet, aufgefunden. War es eine der Mädels oder nicht, ganz egal. Die fünf stehen unter Mordverdacht und müssen sich jetzt natürlich ziemlich beeilen, um den Mörder zu finden, damit ihr perfektes Leben nicht anfängt zu bröckeln. Verratet mir doch mal in den Kommentaren, auf welches dieser Bücher ihr euch am meisten freut oder ob ihr noch andere Neuerscheinungen im Blick habt. Alles hier unten in die Kommentare, ansonsten sind die Bücher, wie gesagt, auch dort unten verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lest was Schönes!